Die Lean-Informationssicherheitsanalyse von Setbix ist eine Technik zur Beseitigung organisatorischer Herausforderungen. Daten gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten eines Unternehmens, aber sie stellen auch eine Belastung dar. Unternehmen verlieren Milliarden aufgrund von Datenschutzverletzungen, und diese Zahl wird mit der fortschreitenden Digitalisierung wahrscheinlich noch steigen. Setbix Lean ist eine Technik zur Reduzierung von Lücken im Duodilly-Gengse-Prozess für Dritte. Sie ermöglicht es den Beteiligten, Probleme zu identifizieren, die während der gesamten Beschaffung einer Dienstleistung oder eines Produkts, von der Konzeption bis zum Abschluss, gestraft werden müssen, wobei jeder Schritt verstanden wird. Setbix berücksichtigt fünf Hauptelemente, Wertanalyse, Float-Charting, Floaterstellung, Design, Verfeinerung. Dabei handelt es sich nicht um ein Standard-Anbieter-Bewertungssystem, sondern um einen Arbeitsablauf, mit dem sichergestellt wird, dass die zu beschaffenden Anwendungen und Dienste nach ihrem Sicherheitsniveau eingestuft werden. IT-Manager, Sicherheitsbeauftragte, Compliance-Manager, Rechtsabteilungen und Datenschutzbeauftragte profitieren alle von der Setbix Lean-Lösung, da sie einen einfachen Bewertungswurf für bietet. Sie macht es für Unternehmen leicht, Schatten-IT zu verhindern. Setbix ermöglicht die Gestaltung umfassender Prozesse ohne Programmierung, da es sich um eine SaaS-Lösung handelt. Möchten Sie den Prozess automatisieren, der sicherstellt, dass Sicherheit, Datenschutz, Privatsphäre, Compliance und rechtliche Fragen berücksichtigt werden, wenn Ihre Mitarbeiter Software, Anwendungen oder Dienstleistungen kaufen. Dann setzen Sie noch heute die Lean-Lösung von Setbix für die Bewertung der Informationssicherheit ein.